Habe ich euch eigentlich hier die Rückseite gezeigt? Hier ist die Rückseite von dem Buch. Wahnsinn, oder? Kann man nicht gut sehen. Ja, herzlich willkommen ihr Lieben zu meinem Literarischen Adventskalender. Wieder aus Weihnachtswundernacht, Band 7. Der Band aus diesem Jahr, 2018, erschienen im Brendo Verlag und herausgehend von Thomas Lapschein. Und heute die Geschichte Happy Birthday von Miriam Kölmer Vogt. Es zieht arg zum Fenster rein, wenn sie am Schreibtisch sitzt und ihre Mails checkt. Sie könnte das Fenster schließen, zumal sie ohnehin bereits seit mehreren Tagen Ohrenschmerzen hat. Andererseits ist es egal. Weihnachten mit oder ohne Ohrenschmerzen, es spielt keine Rolle. Zwei neue Mails, darunter eine Nachricht von Facebook. Jemand hat sein Profilbild geändert. Die andere Mail kommt von einem Versandhandel für schöne Kleidung, der sogar in der Nacht vor Weihnachten noch einmal dazu ermutigt, einen 10 Euro Gutscheincode einzulösen und sich dabei glücklich zu kaufen. Sie weiß, dass das funktioniert. Ein paar Klicks, nicht zu wenige, damit man länger was zu tun hat. Größe und Farbe hin und her überlegen, die Modelle betrachten, vergleichen, den eigenen Teilchenumfang noch einmal messen, Rechnungs- und Lieferadresse bestätigen oder erneuern, die Frage nach einer Geschenkverpackung überdenken, auf Ja klicken und Expressversand wählen, weil es schon spät ist und man doch gleich morgens Post bekommen möchte. Dann mit Hilfe eines Verfahrens bezahlen, dass es der Kundin ermöglicht, nach ihrem Handy zu suchen und es zu finden. Bei der Gelegenheit nachsehen, ob jemand eine WhatsApp geschrieben hat. Vielleicht. Leider nicht. Die SMS öffnen, die den Zahlencode enthält. Noch mehr Klicks. Herrschaft über das eigene Konto ausüben. Sehen, dass es funktioniert. Sich schließlich zufrieden zurücklehnen. Die dankenden Worte des Versandhandels lesen. Froh sein darüber. Ach, wie gut es sich anfühlt, etwas richtig gemacht zu haben. Und dann natürlich die Vorfreude. Schon morgen Vormittag wird der Kleinbus wieder von dem Haus halten. Der Fahrer wird klingeln. Man wird aufstehen vom Sofa, sich etwas genieren, weil man noch im Bademantel ist. Die Tür öffnen. Die frische Luft einatmen und denken. Es wäre gut, noch vor dem Mittag einen Spaziergang zu machen bei der guten Luft. Lächeln. Sagen. Ach, wie schön, da ist es ja. Und das Päckchen entgegennehmen. Sagen. Ganz schön frisch heute. Die eigene Unterschrift auf das Gerät setzen. Naja, ich hoffe, das kann man lesen, sagen und wissen, dass es keine Rolle spielt. Und wenn man Glück hat, kommt der Postpann noch einmal und bringt noch ein Päckchen. Für die Nachbarin, die gerade nicht da ist. Sie klickt ein letztes Mal und lehnt sich zurück. Schaut rechts unten auf dem Display ihres Rechners nach der Uhrzeit. 17 Minuten hat es gedauert vom Öffnen der E-Mail bis zum Abschluss des Kaufes der Hose. Gut so. 17 Minuten weniger von der Zeit, mit der sie nichts anzufangen weiß, außer darauf zu warten, dass sie vergeht. Sie legt sich die Hände schützend auf beide Ohren, der Stuhl scharpt beim zurückschieben über den dicken Teppich. Sie steht auf und geht einen Schritt zum offenen Fenster. Lehnt sich hinaus und blickt hinunter. Wenn ich springen würde, denkt sie, verschiebt dieses Vorhaben aber auf eine andere Gelegenheit. Hier wäre der Fall nicht tief genug. Sie würde sich nur verletzen, mehr nicht. Man würde sie finden, in ein Krankenhaus bringen, so weit wie möglich reparieren und wieder alltagstauglich machen. Ihr höchstwahrscheinlich Medikamente verabreichen, die sie nicht wollen würde. Deren Einnahme sie aber dann nicht mehr verweigern könnte. Sie will keine Betäubung. Natürlich, sie will auch dieses Leben nicht, in das sie hineingeraten ist, nicht gegen ihren Willen. Nein, das nicht. Aber gerade das lässt sie zweifeln. An sich selbst, an ihrem Verstand. War sie nicht immer schon emotional unzuverlässig? Hatte sie sich jemals auf Gefühle oder ihr Urteilsvermögen verlassen können? Worauf sie sich immer verlassen konnte? Im Ernstfall von Euphorie und Übermut, ebenso wie von Ängsten und Dunkelheiten übermannt und überrannt zu werden. Im Wechselbad der Gefühle unterzugehen. Das alles geschuldet einem verheerenden Mangel an Sachlichkeit. Unfähig, die Dinge nüchtern zu betrachten. Dass sie jetzt nichts mehr tut, nichts mehr plant, nichts mehr will, nichts mehr wagt, nur noch wartet, dass die Zeit vergeht, ist das Ereignis dieser Jahre, in denen sich Hoffnung und Verzweiflung die Klinke in die Hand gegeben haben. Immer wieder. Das war so anstrengend. Das war so zermürbend. Ich habe keinen Mut mehr zum Glück und keine Kraft mehr zum Unglück, denkt sie und lauscht dem Rauschen in ihrem Kopf. Sie löst die Hände von den Ohren. Kalter Nachtwind weht direkt in ihre rechte Ohrmuschel hinein. Sie steckt die Hände unter den Pulli und wärmt sie am Bauch. Sie schluckt. Ihr Hals tut weh. Kein Wunder. Kein Wunder. Kein Wunder, denkt sie. Kein Wunder geschieht. Wie immer. Auch nicht und gerade nicht in der Nacht vor Weihnachten. Und sie hat keine Lust mehr, selbst das Wunder sein zu müssen. Sie zieht die rechte Hand unter dem Pulli hervor und legt sie auf ihr rechtes Ohr. Kann man sich selbst wärmen, denkt sie und kommt zu dem Schluss, dass es nicht möglich ist. Nicht auf Dauer. Aber zumindest ist meine Hand in der Lage, jetzt mein Ohr zu wärmen, denkt sie, nachdem sie vorher von meinem Bauch gewärmt wurde. Sie blickt auf die Zeitanzeige des Displays. Vier weitere Minuten sind vergangen. Zeit für eine Tasse Kaffee. Mit Koffein. Neue Wärmezufuhr. Sie wird die Nacht nicht schlafen können, aber das macht nichts. Wenn sie erst in den Morgenstunden einschläft, wacht sie hoffentlich erst spät auf. Dann zieht sich der nächste Tag nicht so unnötig in die Länge. Vielleicht wird ja das Klingeln des Postboten sie wecken. Das wäre doch schön. Sie schließt das Fenster und zählt 14 Schritte auf den Weg zur Küche. Sie öffnet die Tür des Oberschranks, in dem sich das Kaffeepulver befindet. Sie öffnet die Kaffeedose und atmet den Kaffeegeruch ein. Ihr rechtes Auge beginnt zu schmerzen. Sie bekommt ein pelziges Gefühl auf der Zunge. Übersäuerung, denkt sie. Mein Körper ist übersäuert. Vom vielen Kaffee trinken, vom Rumliegen, vom Kekse essen. Ihr wird schlecht. Ihr Blick fällt auf die Dose mit den Teebeuteln. Warum nicht ein Kräutertee, denkt sie und stellt den Wasserkocher an. Während sie wartet, entscheidet sie sich doch für den Kaffee. Neben der Spüle steht die Glaskanne, noch aus Studentenzeiten. Der Kaffeesatz vom Nachmittag befindet sich darin. Sie spült die Kanne aus, füllt frisches Kaffeepulver hinein und gießt kochendes Wasser darauf. Wartet drei Minuten. Drückt den Deckel der Kanne nach unten, betrachtet die Tassen im Regal, entscheidet sich für die große, neu gekaufte, rosa Farben, ohne den Aufdruck von Lebensweisheiten. Sie geht die fünf Schritte zum Kühlschrank, holt die Milch raus und gießt die Tasse halb voll. Füllt sie dann mit Kaffee auf, stellt sich mit der Tasse in der Hand ans Küchenfenster und nimmt einen Schluck, wartet und schaut hinaus. Der Anblick lohnt sich nicht. Es bewegt sich nichts. Das Nachbarhaus ist farblos und die Rollläden vor den großen Fenstern sind, wie fast immer, heruntergelassen. Vom Himmel ist auch nicht viel zu sehen. Und was man sieht, ist ebenfalls farblos. Farblos grau. Grau hinter grau. Eine graue Nacht. Wäre nur die Laterne nicht, denkt sie. Dann müsste ich das Grau nicht sehen. Dann wäre die Nacht schwarz. Aber so. Sie wendet sich ab, bekommt Sodbrennen, stößt auf. Widerlich. Sie schüttet den Rest vom Kaffee in die Spüle und stellt die leere Tasse neben die Kanne, auf deren Boden sich nun neuer Kaffeesatz befindet. Kann man nicht aus Kaffeesatz die Zukunft lesen? Sie geht zum Rechner. Kaffeesatz Zukunft lesen. Klick. Sie überfliegt kurz die Anleitung. Steht auf, geht zurück in die Küche und nimmt eine weiße Tasse aus dem Regal. Schüttet den Sud aus der Kanne hinein, schwenkt die Tasse im Kreis und schüttet die Brühe auf die Küchenplatte. Was in der Tasse haften bleibt, ist die Zukunft. Wiederholt sie den Interneteintrag. Der Tassenboden ist schwarz. Der Kaffeesatz war zu wässrig gewesen. Mist. Sie hält die Tasse schräg und klopft mehrmals heftig von unten gegen den Tassenboden. Manchmal muss man der Zukunft einen Klaps geben, denkt sie. Es hilft. Weiße Flecken werden sichtbar. Sie läuft mit der Tasse in der Hand zurück zum Rechner. Was die Symbole bedeuten können, liest sie. Sie blickt in die Tasse. Sieht aus wie ein Haufen Kacke, denkt sie. Ein Haufen Kacke kommt als mögliches Symbol in dem Eintrag nicht vor. Ich werde einfach das Weiße nehmen. Was zwischen der Kacke ist, denkt sie. Sozusagen das Negativ der Kacke. Das hat wenigstens so etwas wie eine Form. Sie geht die Liste der möglichen Symbole durch. Anker. Boot. Fisch. Sie blickt noch einmal in die Tasse. Vielleicht Weihnachtsbaum. Sie scrollt bis zum Ende der Liste. Weihnachtsbaum gibt es nicht. Würmer. Würmer sind eklig. Sie scrollt noch einmal zum Anfang zurück. Eule. Sie blickt wieder auf das Kaffeesatz-Negative auf dem Tassenboden. Eule passt wohl am ehesten. Also Eule. Bedeutung, sie können ihr Glück vermehren, sofern sie sich geschickt anstellen. Liest sie. Na toll. Und wenn man sich nicht geschickt anstellt, dann hat man eben Pech gehabt. Vielleicht doch eher die Würmer. Du wirst bald ins Gras beißen und von Maden zerfressen werden. Sie beendet die Internetsitzung und bringt die Tasse zurück in die Küche. Stellt sie in die Spüle. Schaut auf die Uhr. Es ist kurz nach halb elf. Das war für heute die letzte Tasse Kaffee. Es klingelt. Sie stutzt. Um die Uhrzeit. Sie geht zur Tür und öffnet. Kälte schlägt ihr entgegen. Das Außenlicht ist automatisch angegangen. Happy Birthday, sagt die Person draußen vor der Tür und hält ihr ein Glas Sekt hin. Die Frau zieht ihren Bademantel fester um sich und verschränkt die Arme. Ich habe heute nicht Geburtstag. Wie lange muss man einen Menschen anschauen, um ihn zu erfassen? Eine Sekunde? Zwei? Die Person draußen ist ebenfalls eine Frau, ähnlichen Alters vermutlich. unauffällig, 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 winterlich gekleidet. Klarer Blick, gepflegt. Unverdächtig, unverdächtig, außer die Uhrzeit und außer das gefüllte Sektglas. Das macht sie verdächtig. Egal, sagt die Frau jetzt. Auf ihr Wohl. Die Frau im Bademantel kneift die Augen zusammen. Nun machen Sie schon, sagt die andere Frau. Trinken Sie sich ein bisschen Mut an. Die Frau im Bademantel nimmt das Glas entgegen, riecht daran, nippt Sekt, denkt sie. Also dann, auf mein Wohl. Und jetzt schienen Sie sich was an, sagt die Frau draußen. Wir wollen los, Sie sind die Letzte. Die Frau im Bademantel macht einen Schritt nach vorne und schaut auf die Straße. Im Licht der Laterne sieht sie ein paar Gestalten. Vielleicht sechs, nein sieben. Den einen Mann da hat, den kennt sie doch. Flüchtig, die anderen sind ja unbekannt. Wobei, es ist zu dunkel, um sicher gehen zu können. Und manche haben ihre Kapuzen bis weit in die Stirn gezogen. Wohin gehen wir, fragt sie. Geburtstag feiern, nun machen Sie schon. Die vielen Tage, an denen nichts passiert. Die Kopfschmerzen vom Heulen, der widerliche Kaffeekonsum, der Irrsinn, wenn man anfängt, sich auf Spam-Mails zu freuen, weil sich ja sonst niemand meldet. Sich selbst auch bei niemandem melden. Sich nicht aufraffen können. Was bringt's auch? Die eingestaubten Kerzen auf der Fensterbank, die Wochen und Monate, die so belanglos sind, dass es sich nicht lohnt, sie zu benennen. Sie trinkt den Sekt und stellt das Glas auf den Boden im Flur. Dann geht sie ins Schlafzimmer, zieht Bademantel und Nachthemd aus, wirft beides aufs Bett, blickt in den Spiegel, sieht sich selbst, nackt, öffnet die Schranktür, wühlt in der Unterwäsche, zieht sich was an, geht zur Garderobe, greift nach dem Mantel, schlüpft hinein, überprüft die Taschen. Der Hausschlüssel ist da, wo er sein soll. Sie zieht die Stiefel an. Fertig? fragt die andere. Sie nickt, tritt aus dem Haus und schließt die Tür hinter sich zu. Sie geht die paar Stufen hinunter, über die Einfahrt auf die Straße. Niemand sagt etwas, daher sagt sie auch nichts. Die andere Frau läuft ein paar Schritte voraus. Die kleine Menge folgt ihr. Sie laufen hintereinander, wie aufgereiht. Ein Waggon hinter dem anderen. Sie setzt sich als letzte in Bewegung, bildet das Schlusslicht. Sie gehen zügig, nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam. Kein gemütlicher Spaziergang, bei dem man miteinander spricht, sie laufen einfach hintereinander her. Der Zug der Traurigen, denkt sie. Ob jemand uns sieht? Wie das wohl wäre? Man schaut aus dem Fenster in der Nacht vor Weihnachten und sieht auf der Straße einen Menschenzug vorbeilaufen, schweigend. Und man wundert sich, na nun, was machen die denn da? Wo laufen die denn hin? Warum schweigen die denn? Aber da ist der Zug schon vorbei und man wendet sich vom Fenster ab und wieder seinem eigenen Leben zu. Der Familie, der Partnerin, dem Freund, dem Baum, der geschmückt werden will, oder dem Fernseher, oder der Geige, oder der Flasche. Man zieht die Vorhänge zu und denkt, naja, wenn's was Wichtiges ist, wird's in der Zeitung stehen. Wenn nicht, dann nicht. Währenddessen läuft der Zug. Sie stehen jetzt auf der Brücke, auf der einen Brücke, die hoch genug ist, zur Zeit gesperrt, wegen Einsturzgefahr. Aber für solche Fliegengewichte, wie diese paar Traurigen, es sind ungefährlich. Sie stehen nebeneinander, blickt nach unten. Die Kirchenuhr in der Ferne, weit weg, viel zu weit weg, schlägt Mitternacht. Happy Birthday, sagt die Frau, die vorausgegangen war. Und dann springen sie. Alle. Bis auf eine. Bis auf zwei. Was ist mit dir? Ich kann nicht, sagt die Frau, die sich als letzte eingereiht hatte. Warum nicht, fragt die andere. Ja, warum nicht? Oder auch, warum? Oder warum nicht? Ich kann nicht, sagt sie. Ich erwarte morgen Vormittag ein Päckchen, ein Weihnachtsgeschenk, für mich eine Hose. Von wem? fragt die andere. Von mir selbst, sagt die Frau. Na dann, sagt die andere und springt. Die Frau, die sich als letzte eingereiht hatte, springt nicht. Es ist doch nur ein kleiner Schritt, ein kleiner Schritt nach vorne, stattdessen ein langer Weg zurück. Sie wendet sich ab und geht durch die Dunkelheit, zurück. Ob jemand sie sieht? Wie das wohl wäre? Man schaut aus dem Fenster weit nach Mitternacht und sieht unten auf der Straße einen Menschen vorbeilaufen. Sie geht und geht die Hauptstraße entlang. Ein Auto kommt ihr entgegen. Sie geht weiter. Ein Fußgänger kommt ihr entgegen. Guten Abend, sagt er. Guten Abend, sagt sie. Und geht weiter. Biegt ab in die Straße, in der sie wohnt. Steigt die paar Treppenstufen hinauf zur Haustür, greift in die rechte Manteltasche, schließt die Tür auf, öffnet sie. Ein Schwall Wärme kommt ihr entgegen. Sie tritt ein, schließt die Tür hinter sich, lehnt sich mit dem Rücken dagegen. Atmet, bückt sich und hebt das leere Sektglas vom Boden auf, geht damit in die Küche und stellt es in die Spüle. Zu der Tasse mit dem inzwischen getrockneten Kaffeesatz. Würmer, Eule, Kackhaufen. Sie schaut auf die Uhr. Halb vier Uhr morgens. Zeit schlafen zu gehen. Das Klingeln, von dem sie geweckt wird, ist laut und schrill und penetrant. Sie reißt die Augen auf, blendend weiß, strahlt die Wintersonne direkt in das Schlafzimmer hinein. Sie schwingt sich aus dem Bett und ihr wird für einen Moment schwarz vor Augen. Sie setzt sich und hält sich den schmerzenden Kopf, so schlecht geträumt. Sie rafft sich auf, schleppt sich zum Fenster und lässt die Jalousie herunter. Es ist viel zu hell, zu hell für ihren müden Schädel. Wieder klingelt es. Sie zieht sich schnell den Bademantel über und wankt aus dem Schlafzimmer in den Flur, nimmt die Wollmütze vom Haken an der Garderobe. Es muss jetzt mal Schluss sein mit diesen Ohrenschmerzen, denkt sie. Sie setzt die Mütze auf und geht zur Haustür. Öffnet sie. Der Paketzustelldienst. Zwei Päckchen. Eins für sie und eins für die Nachbarin, die gerade nicht da ist. Sie nimmt beide Päckchen entgegen, setzt ihre Unterschrift auf das Gerät, sagt, ich hoffe, das kann man lesen und schließt die Tür. Sie legt beide Päckchen auf den Tisch und geht in die Küche. Erstmal eine Tasse Kaffee, denkt sie. In der Spüle stehen die Tasse, Weihnachtsbaum, und das Sektglas. Das Sektglas. Sie fröstelt, schaltet das Radio ein, wartet, während die Musik läuft, trinkt ihren Kaffee, wartet, dann kommen die Nachrichten. In der vergangenen Nacht kam es zu, in ihrem Kopf beginnt es zu rauschen. Polizeiaussagen zufolge handelt es sich vermutlich um Aus, Ruhe. Nur ein kleiner Schritt nach vorne. Oder ein langer Weg zurück. Es klingelt wieder. Sie geht zur Tür und öffnet. Im Wintersonnenlicht steht die Nachbarin. Hallo, sagt sie, fröhliche Weihnachten. Sie müssten ein Päckchen für mich haben. Ja, einen Moment, die Frau zögert. Manchmal muss man der Zukunft einen Klaps geben. Wollen Sie vielleicht auf eine Tasse Kaffee reinkommen? Sie hält die Luft an. Sag nicht nein. Die Nachbarin blickt sie erstaunt an und sagt, warum nicht? Weihnachtsbaum. Die Nachbarin hebt die Hand. Geben Sie mir zwei Minuten, ich bin gleich wieder da. Sauerstoff getränkt und Licht durchflutet, weht ein Winterwind die Treppenstufen hinauf und durch die offene Tür ins Haus. Der Bademantel der Frau wälzt sich ein wenig, sie streicht ihn wieder glatt, schließt die Augen, wartet, öffnet die Augen, vor ihr steht die Nachbarin. In den Händen hält sie einen Kuchen mit Schokoladenguss und einer Kerze. Ich habe heute nicht Geburtstag, sagt die Frau. Aber ich, erwidert die Nachbarin und lacht, am 24. Dezember, stellen Sie sich das mal vor. Ja, dann kommen Sie doch rein, sagt die Frau und macht Platz, damit die Nachbarin eintreten kann. Oh, ein Geschenk, ruft sie, drückt der Frau im Bademantel und mit Wollmütze auf dem Kopf den Kuchen in die Hand, greift nach dem als Geschenk verpackten Päckchen, das auf dem Tisch liegt und zwinkert ihr zu. Das ist doch wohl nicht für mich, oder? Doch, das ist für Sie. Warum nicht? Ach, kommen Sie, lacht die Nachbarin erneut. Sie wussten doch gar nicht, dass ich heute Geburtstag habe. Das stimmt. Die Frau stellt den Kuchen auf den Tisch. Die Nachbarin reißt erst die Verpackung und dann überrascht die Augen auf und lacht und ruft, nein, wie hübsch, eine Hose mit roten Herzchen. Unverhofft und ungewohnt schleicht sich ein Lächeln auf das Gesicht der Frau, die zurückgegangen ist, den langen Weg durch die Nacht und die jetzt im Bademantel und mit Wollmütze auf dem Kopf in ihrer Wohnung steht zusammen mit der Nachbarin, der sie eine Hose schenkt aus heiterem Himmel, kitschig und hübsch, blau mit roten Herzchen. Happy Birthday, sagt sie und zündet die Kerze an. Wow, Miriam, 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 vielen, vielen Dank für diese wunderbare, hoffnungsvolle Geschichte. Das hat mich total berührt in meinem Herzen. Das ist so der Hammer, das ist Weihnachten, das ist Weihnachten, ihr Lieben. Nicht springen, sondern zurückgehen durch die Nacht und der Nachbarin eine blaue Hose mit roten Herzchen schenken. Hammermäßig. Das ist eine Geschichte. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen super Tag und wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Türchen in meinem literarischen Adventskalender. So, das muss ich jetzt erstmal auf mich wirken lassen. Wahrscheinlich am besten, indem ich eine Tasse Kaffee trinke. Mal gucken, was mein Satz sagt. Würmer, Kacke oder vielleicht doch Weihnachtsbaum? Hoffentlich. Kacke